So, jetzt machen wir richtig Werbung für die Sendung und für deine Platte und für deine Produkte machen richtig schön Werbung. Muss ich auch was machen? Ich mache das für dich, aber ich habe einen extremen Werbewert, weil ich keine Werbung mache für nichts. Deswegen bin ich extrem wertvoll. Pass mal auf, was ich jetzt mache. Die Leute, das geht weg wie Scheiße. Letzte Woche habe ich hier... Ja, guck, ja. Allein, dass mir quasi ohne es zu merken dieser geniale Spruch eingefallen ist. Sind wir schon drauf? Ne. Hast du gemerkt? Ne. Ach Mist. Hallo meine Damen und Herren, ich bin der persönliche PR und Werbeberater von Rocco Schamoni, unser Gast heute Abend im Neo Magazin Royale. Hallo Rocco. Hallo, guten Abend. 20.15 Uhr in ZDF Neo und um 22.15 Uhr in ZDF Neo. Hashtag der Woche lautet iPhones Welcome. Und bevor wir jetzt einen Online-Teser machen, darf ich kurz die Produkte von Rocco vorstellen? Bitte, ich bitte dich drum. Erstmal ist das die LP, die Vergessenen. Das ist ein Orchester mit 18. Das ist wahnsinnig. 18 Musiker. 18 Musiker, bist du auch auf Tour. Ja. Nächste Woche in Köln im Gloria, in Düsseldorf trittst du auf und zack. Und in Hannover. In Hannover in einem Saal. In einem Saal. In einem. Es gibt in Hannover nur einen Saal. Und in dem tritt Rocco Schamoni nächste Woche auf. Da sollten Sie bitte hingehen. Das ist ganz wichtig. Weil sich das lohnt. Das lohnt sich auf jeden Fall für uns, ja. Rocco Schamoni, aber es ist nicht nur ein Musiker, es ist nicht nur Lebenskünstler und Bestsellerautor. Dorfpunks war dein großer Megaerfolg. Dein aktuelles Buch heißt Fünf Löcher im Himmel. Läuft nicht so gut wie das andere. Warum nicht? Aus Gründen, ich weiß sie selber auch nicht. Man weiß das nie genau, warum das so hoch und runter geht. Bitte machen Sie das Buch Fünf Löcher im Himmel zu einem Bestseller von Rocco Schamoni. Das wäre gut. Und dabei können Sie diese Pralinen naschen. Kann ich die Scheiße mal probieren? Ja, natürlich kannst du die Scheiße mal probieren. Magst du die Scheiße mal probieren? Da würde ich dazu sagen... Probier doch mal die Scheiße. Aber auch ehrlich, dann reagieren jetzt gleich. Was William nicht weiß, dass die Pralinen ein Jahr alt sind und Rocco gesagt hat, ich darf die nicht in der Sendung essen. Das Wichtige ist, man nimmt sie auch nicht obenrum rein. Die führt man ein. Das ist die erste Rektalpraline der Welt. Das ist nicht genau. Ganz was fein. Wie schmeckt es denn? Schon lange nicht mehr so gute Scheiße gegessen. Kaufen Sie bitte alle Produkte von Rocco Schamoni und schauen Sie heute Abend die Sendung. Das Neo Magazin Royale. Es lohnt sich... Es lohnt sich schon. Es lohnt sich schon. Vielleicht gibt es heute Abend ein paar Überraschungen. Vielleicht werden heute Abend Menschen sich entschuldigen für Dinge, die sie einem Zuschauer angetan haben. Lassen wir uns überraschen und vor allen Dingen heute Abend Rocco Schamoni unser Gast. Und dieses Publikum, was ihn jetzt mit einem frenetischen Applaus hier raus treiben wird. Bis nachher. Headshot der Woche Eifels weiter. Rocco Schamoni. Rocco. Ja. 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 Ja.